Synchronsprecher und Regisseur der Mann der Witze, Rainer Brandt ist tot Jean-Paul Belmondo, Elvis Presley und Tony Curtis sprachen mit seiner Stimme, but Spencer und Terence Hill rissen seine Witze, jetzt ist Synchronsprecher Rainer Brandt gestorben. Dieser Künstler prägte den Humor in der Bundesrepublik der 1970er und 1980er Jahre wie kaum ein anderer, der Schauspieler, Sprecher, Autor und Synchronregisseur Rainer Brandt ist gestorben. Das bestätigte Heike Dienel-Körting vom Audio-Label Europa. Die Produzentin hatte mit Brandt bei den Hörspielreihen TKKG und Fünf Freunde gearbeitet, der Berliner wurde 88 Jahre alt. Er gehörte zu den Größen des Synchronwesens der Nachkriegszeit. Die deutsche Synchrondatei verzeichnet mehr als 800 Sprechrollen. Er lieh seine Stimme etwa Jean-Paul Belmondo, Tony Curtis, Marcello Mastroianni und Elvis Presley. But Spencer und Terence Hill, die Witze kamen von Brandt. But Spencer und Terence Hill, die Witze kamen von Brandt. Brandt, der an der Max-Reinhard-Schule Theaterfach gelernt hatte, machte das italienische Schauspieler-Duo But Spencer und Terence Hill in Westdeutschland salonfähig. Er steuerte die witzigen Sprüche für die deutsche Fassung bei, etwa Sätze wie Die Dialogregie Brandt prägte auch den Witz vieler Filme mit Louis de Funès, Adriano Celentano und Pierre Richard. Terence Hill sagte der Bild-Zeitung, Rainer sowie Thomas Danneberg und Wolfgang Hess als unsere deutschen Stimmen haben einen riesengroßen Anteil daran, dass die erfolgreichen Filme gerade hier noch ein großes Stück erfolgreicher waren. Hill betonte, Ich bin allen sehr dankbar und traurig, dass Rainer gegangen ist. Sein Witz war grandios und hat viele verbunden.